Oh ja, echt ein schöner Klassiker. Yes. So, ah. Ah, cool. Ich bleib mein Nashorn. Ich bin Katze. So. Ready. Ah, ich kann so, die Farbe change nicht. Das sieht fast aus wie unser Rotpätzchen. Es gibt einen Metallwolf, interessant. Sehr cool. Das Karate, Nashorn. Aber das eignet wie Ecken Gangbees, muss ich sagen. So. Oh Gott. Ach Gott, ja. Boah, was da einstehend. Kann ich überhaupt die Maus benutzen, bevor ich mich verprügelt? Ja, kann ich. Ah, schnell. Warte, lass ihn nochmal gerne wegwerfen. Ah. Warum ich? Ich lauf nur rum, was mein... Der dreht sich immer nicht in die Richtung. Der will sich bewahr... What? Was? Okay. Das hat jetzt einfach geglitscht, muss ich sagen. Das möchte ich auch. Das hat ja auch so geglitscht. Ja, es ging irgendwie so plupps und ich war weg. Ich glaube, eine Rakete ist rausgekommen. Ja, wow, der Armageddon hat uns beide K.O. geschlagen. Ja, ich weiß auch nicht. Die macht gleich Instant. Wow. Komm, nimm da... Nein, ich will nicht sterben. Nicht wieder. Genau, spiel hier mal miteinander. Hey, hey, hey. Lass mich überholen, du. Was der hell, bist du ein Feuer, Otto, oder was? Jetzt bin ich hier in der Feuerkatze. Nein, lass... Wir können das Elf rausnehmen. Ey. Boah, ich nehme mich gleich schon selber mit raus, einige. Ja. Ja, Philipp, war ich. Jetzt kommt her, hier. Ich habe einen Eisballschläger. Den sind wir los. Ich habe einen Tennis-Schläger. Warum bist du jetzt eigentlich? Die ganze Zeit im Brand, ey. Ich habe hier so eine Dose... Ich habe irgendwas gegessen. Katzenfutter. Hier, nochmal rein. Warum ist der Armageddon wieder da? Was ist das für ein Schiss? Ja, keine Ahnung. Damit habt ihr nichts gerechnet mit diesem Comeback. Ha! Fuck. Das hat er direkt hinter den Schläger ins Gesicht geknissen. Das Boot geht unter. Oh Gott, ey. Aufschwählen. Aufschwählen. Ja. Ich hau mal ab, ne? Wieso bist du da hochgekommen? Ich bleibe ab. Boah, 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 boah. Ich rübergebe. Klapp, klopp, klopp, klopp. Komm, du schaffst das. Warum käme ich so schnell? Komm! Du bist die Kinderkatze. Ja, genau, halt dich hier fest. Wir haben es schaffst hier. Ich stehe zu deinem Tod. Plupp. Könnt ihr jetzt mal sterben? Das Wasser geht mir auch langsam echt bis zum Wald. Das ist gut so. Ich bin ein See-Kater. Kannst du dich nur festhalten unter Wasser, oder wie? Alter, trinkst du auch. Au. Au. Dein Ernst? Alter, was bist du denn für ein Peller? Ja, guck dir mal den Seerfahrer. Der will mich auch schon wieder runterwerfen. Komm her, du. Hups. Es gibt noch eine Demo. Nein, ich wollte gerade... Oh, er hat es auch ans Boot geschafft. Ach, so, komm. Schnell wieder hoch. Ich glaube, das letzte Mal haben wir echt die Rakete weggeblasen. Ja. Aber ist am meisten noch am Leben, oder? Ja, der hat sich ans Boot gehaftet. Da sitzt er unten bei mir. Versuch, drückzukommen. Dass das nicht ewig hält, ey. Jetzt habe ich nur einen Schakus. Oh, verdammt. Also die Kameraführung ist da. Oh, was in der Hölle. Nein, 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 nein. Ähm. Da, nicht die Bombe. Hättest du jetzt gefeiert, wenn du dich selbst gesprengt hättest. Ja, ich habe die auch schnell weggeworfen, ey. Ich dachte, das ist eine Eisenkugel. Warte mal, der hat eine Schaufel. Wir müssen uns gegen ihn verbünden. So, und warte, genau das mit uns. Wie er mich dann auch noch umhauen will, statt erst mal einen aus dem Spiel zu nehmen, ne? Au. Ich bin gerade aufgewacht. Ich auch. Aua. Au. Ich werde abgetrieben. Nein. Komm, halt dich fest. Ah, ich krieg keinen einzigen. Mann. Ey. Du Scheißnalle. Mach eine Schaufel. Du Scheißnalle. So. Ich verpiss mich mal. Was war da? Pff. Na toll. Jetzt bin ich hier, glaube ich, festgeglitscht. Er nimmt das mit dem riesen Nashorn auf, ey. Ich hänge ja ein bisschen an der Wand, ne? Wie war das mit dem hochkommen, ne? Ah, so. Ja, komm. Ja, komm. Du schaffst das, du. Oh, la, Kada, du. Oh. Auf einmal kann ich nirgendwo mehr hochklettern, ey. Auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ich glaube, wenn die Energie leer ist. Au, ich hab die Pistole weggeschmissen. Oh Gott, er hat eine Pistole. Au. Ich bin schon auf dem Boden, muss ihn jetzt wahrscheinlich nicht noch weiter in meinen Kopf schlagen, ey. Oh, komm. Ja. Nein. Bleib doch liegen, du dämliches Nashorn. Oh Gott. Weg von mir, du. Ich seh mich nicht. Schönen guten Tag. Oh, verdammt. Wie ist du denn ganz da oben hingekommen? Wieso kann der das? Ja, das hättest du jetzt gern gewusst, ne? Ich kann nicht klettern. Doch, kann nicht. Ey, ich bin ein kluges Nashorn. Ja, aber wie geht das? Ich mach's mit Controller, keine Ahnung, wie das mit Tastatur geht. Ich mach auch mit Controller, also. Ah, könnte vielleicht daran liegen, dass ich Nachteile habe, ja. Ich spiel's nicht mal so Tastatur. Ja, solche Spiele sind auch für Controller, jeder. Und raus ist er. Aufgebe ihn einen Roundhouse-Kick. Nein, nein. Ich wollte Okami auch mal einen Gewinn geben. Ja, warte mal, Controller mal anschließen. Okay. Natürlich wird's... Ja, das Schöne ist, dass ich jetzt halt die Steuerung nicht weiß, ne? Äh, lass mich los! Button-Spamming funktioniert auch in diesem Spiel. Ich bringe uns beide um, wenn ihr mich nicht loslässt! Ich hab das nicht, weil du hältst mich! Oh Gott, da ist die Rakete wieder. Ach, dann geht das mit der Tastatur. Ah, gut. Aha. Ah, okay. Schön, dass ihr... Ihr habt also auch die Tutorials bekommen. Oh, was soll er? Uns wartet! Oh, nein, 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 nein. Das lassen wir mal lieber. Ihr seid hoffentlich beide tot. Ich guck mal kurz in eine Option. Ja, ich bin grad durch die Turbine geblutzt worden. Controls. Ich holt Okami auf, ja. So, das, das, das. Oh, ja, jetzt sagt ihr wieder nett, weil ich guck hier gerade. Ciao, safe. What the fuck? Ich glitsche auf einmal immer zur Seite weg. Das gibt's doch nicht. Oh. Nein, nicht rum! Warum... Oh Gott. Nein, nicht, wenn ich in die Turbine... Halt dich fest, Kata! Pff, jups! Ja. Okay, jetzt kann ich ja gemütlich gucken, wegen der Steuerung, ne? Erlebt ja noch. Wo ist Amarin? Hier lauft die ganze Zeit, bin eh hilfmäßig um das Ding rum. So, move down, ne, da, da, das ist klar. Punchen mit X, okay. Grab mit RT. Damals... Hey, don, du Mistwee. H mit Damals, kein Kick. Wow. Alter, das ist nicht, ja. Bleibt doch mal mehr als eine Sekunde liegen. Okay. Ich mach's mal, glaub ich, weiter mit Dings hier. Oh, jetzt reicht mir das aber mit dir. Sag mal, Serv. Ja. Das sieht nicht aus, als wäre das Einfein neben dich gerade gewesen. Was du da mit Amars hintergemacht hast. Du, die Faust passt da ganz rein, also. Nein, nein, halt nicht fest, Nason. In meiner Verteidigung, das sollte... Er sollte die ganze Faust nicht beim ersten Mal hinbekommen. So, Serv, jetzt musst du nur noch den Armer runterholen. Ich muss schon warten, bis er hat trinkt. Ja, das ist... Okay, er treibt ab. Ja gut, jetzt... Da kannst du es eigentlich auch schon lassen, weil... Du hat trinkst bevor ihm. Kannst du machen, was du willst. Schwimmer. Nein, du bist ein Nilpferd, ne? Ein Grad. Mist. Okay, jetzt aber wirklich Last Man Standing. Ja, jetzt ist es wirklich... Nein, ich bin noch Kleinsüß und Unschuldig. Lass mich, ich bin eine Katze. Ich mag kein Wasser. Ich habe die Pistole entsorgt. Haha, keiner kriegt sie. Schon klar, dass ich einen in der Hand habe. Ich roll immer im... Immer vom verdammten Boot runter, ey. Nein. Wie schieß ich denn mit dem Ding? Pack die Waffe. Du Mist. Alter, wie lange hält der Elektroschotter? Boah, das kann da wohl nicht wahr sein, oder? Er bleibt auf dem Boot. Diese Sch... Absolut nicht verdient. Absolut nicht verdient. Guck mal her, dass ich drücke. Der Elektroschotter hat. Ach. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.